Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play MTA mit mir dabei. Na, der liebe Koba, 2000, vielleicht kennt ihr ihn schon aus, S auf Spells. Ja. Jo. Jo. Wir hatten schon gerade zwei Versuche, die total nach hinten losgegangen sind, bei der Aufnahme. Aber... Ja, richtige Profis. Also, guck mal. Wir stehen in MTA und das auf dem Server VU Real Life, auf unserem deutschen Server. Aber, also, wenn ihr uns zuspammen wollt, dann joint auf. So, ich putze wieder oben auf dem Kühlschrank, das habe ich vorhin auch schon gemacht. Ja. So. Upsa. Oh, ist mir gut aufgefallen. Ich habe ja nicht mal hochklettert, das ist unrealistisch. Und ich habe komischerweise drei Sterne, also es kann sein, dass in dieser Folge uns die Polizei verfolgt. Wird auch witzig werden. Ja, das wird witzig. Wir haben schon ein bisschen vorgespielt, also nicht verwundern, ich habe schon... Ich habe erst 30 Stunden, ja, ist nicht viel. 54. Wenn man mal andere sucht, wie... Ja, ich gehe mal durch. Man kann mal ein paar tausend Stunden, wie zum Beispiel hier ein paar 2000 Stunden... Ja, bin ich auch gerade. ...die haben echt kein VU Real Life mehr. Krass. VU Real Life. Na, ich laufe ja auch nur blöd rum, ey, das gibt es auch gar nicht. Ups, jetzt hänge ich im Stuhl fest. Ja, also wir haben hier schon ein bisschen vorgespielt, weil ein bisschen trist ist das Arbeiten schon. Geld zu verdienen dauert auch ewig. Wir haben uns schon ein paar gescheite Karren, jedenfalls ich, ich habe auch schon einen Hubschrauber. Der Kleine hier, der ist noch so... Ja, der hat nichts, ist eigentlich noch Straßenpläne. Ja, ja, ja. Und hier sind wir in einer Wohnung, also ein Gebiet, jetzt ist es für... Ja, klar. Aber natürlich Waffen, hm? Kein Auto, aber Waffen. Ja, ja. Aber ich habe auch was. Das Motorrad, was willst du? Mein Auto ist kaputt gegangen. Ich habe ja auch was, nehme ich mal mit, so. Und ne... Eine LB5 ist kaputt, wo wir uns letztens ausgelockt haben. So, los geh raus aus meinem Haus, los, los. Was heißt dein Haus? Wir mieten beide. Jetzt egal, ist mein Haus. Ich war zuerst hier. Ja. Oh, Waffen lieber wegpacken hier draußen. Ja. Ist das deins? Ja. Oh cool, da stecke ich mal auf. Okay. Ja, also man kann hier halt so wie Real Life arbeiten gehen, Autos kaufen, ja, zum Beispiel Polizist werden, alles Mögliche. Und hier ist auch beim Roten S, das ist ein, ja, so ein Einkaufsland, kann man sagen. Ja. Einkaufsland, ja. Das ist halt auch der Noobsborn. Jetzt ist Aldi. Aldi. Wir wollen keine Werbung machen. Das ist... Aldi, Aldi. Genau. Und da gibt es eigentlich nur Schwachsinn. Mähm. Zigaretten, ja und sowas. Und hier, wie man sieht, es gibt Werbung, man kann Werbung schalten, da verkauft zum Beispiel ein Plastikluftgewehr, ist natürlich kein richtiges... Alter. Ja, ja, es geht ja schon gut los. Alter, ich hätte dich fast abgeschossen. Ja, geil. Also, weil es ist ja himmlisch, also ja, sowas gibt's auch. Aber komm, hier ist bestimmt irgendwie so ein... Hier ist es vorne in Rollen. Skype. Mal kurz stehen, um mal etwas zu erklären und dann... Ja, Skype packt wieder rum. So. Geht wieder. Ich bin Skype. Ja, Skype halt. Hier ist so ein Armeeauto. Das ist natürlich meins. Alter, da steht ja einer drin. Hallo. Netter, boh. Ach, den kennen wir doch. Ja, der Fagio ist auch so cool. Ja, ich hole mir einen eigenen. Für 500? Äh, nein. Hier zum Fahren. Achso, aber die kann man für 500 selber holen. Ja, das lohnt sich aber nicht. Oh, Alter. Radio höre ich mal nix. Ich weiß nicht, ob das geschützt ist. Ja. Schöne Grüße nebenbei an die GEMA. Ja. Aber wir lieben euch. Alter. Ja. Ist das dein Motorrad hier? Ne, du hattest kein rotes. Doch, doch. Ey, du hattest doch kein rotes. Bist du denn? Jo, ich glaube, du bist gerade wohl ganz woanders. Nein, Polizist, nein! Ich werde erschossen. Ja, also... Auf meinem... Ich bin tot. Alter. Wurdest du gerade abgeholt? Von dem Krankenwagen? Oh, ne, da liegst du. Hahaha, da wisst ihr, da ist. Sie sind wieder bei Bewusstsein und werden nun ins Krankenhaus gebracht. Der hat mein Motorrad. Ja, und die Polizei fährt einfach weiter. Ah, 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 ah. Ja, und jetzt schießt er mich ab. Alter! Knast. Für wie lange? Alter, ähm, ich komme mir gerade voll nicht klar mit der Steuerung. Der schießt einfach. Genau. Der klaut mein Motorrad. Schön. Ja. Scheiße, ich bitte schossen. Alter, Alter, Alter. Ja, wenigstens, wie jetzt in der Knast aussieht. Ja, ziemlich her. Ja, ja, und ihr seht jetzt, wie ich sterbe. Alter. Kann man noch mal... Wie kann man noch mal schauen? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich geh jetzt einfach hier rein. Hä, wie jetzt? Ich bin in Ammonation gegangen. Erstmal hier im Bürgerheißen. Warum hast du Sterne? Nee, Alter, er hat mich angeschossen, der dein Motorrad geklaut hat. Ja. Und natürlich habe ich mir nicht den Namen gemerkt. Äh, ich bin auch blöd. Tampa gespawnt. Alter. Ich kriege jetzt dauernd dauernd... Zwei Sterne. Was? Ich habe auf einmal zwei Sterne. Was? Ich trage jetzt auf meinem... Auf meinem... Da von... Vio-Tablet dauernd auf... Grundbeschuss. Ich habe mich nur gewehrt. Ich habe zwei Sterne. Ja, also die Polizei ist hier nicht so ganz helle. Ja, man darf nicht mal seine eigene Meinung sagen, wenn sie einfach sagen, ja, der Ballert auf einen, hat ihm so ein Auto geklaut, was 150... So, ich hol mir mal meine Schrote raus, ey. Alter. Und es kostet dich immer schön, was? Du Schiss, Alter, ich kann nicht schreiben, wenn ich... Oh, ich kann es grundsätzlich nicht, Vio-Spawn, weil ich... Ja, was ist, wenn das mich jetzt zerstört? Da ist... Hier steht's, hier steht's. Es brennt ein bisschen. Echt? Ja, Alter. Und ich werde sofort runtergeschossen. Alter. Und ich bin tot. Alter. Ja, bestimmt. Alter. Ja, und das Behandeln dauert total ewig. Nö, 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 nö. Also, sofort Action in der ersten Folge. Ja, das läuft bei uns, ja. Ja, wir sind halt die Noobs. Alter. Oh, das ist doch mies. Ist doch mies. Tolle Folge. Ja, also, jetzt sieht man hier auf meinem Kanal den schönen Behandlungsschrittbalken. Das ist wirklich sehr interessant. Solltet ihr euch angucken. Ja. Auf den Schreck trinke ich erst mal was. Hä? Lol. Ey. Ja, was? Ich kaufe deine Snap für Schuss. Nö, nö, 500 Dollar. Okay? Hä, für was? Hä? Was glaubst du? Ach so. Ja. Äh. Der redet mit sich ja wie selber. Siehst du das im Chat? Äh, nee, ich liege immer noch auf dem Boden rum. Und dich umarmt die Erde. Oh, liebe Erde. Hm, aber ich mag dich ja so. Oh, du grüner, kalter Stein. Jeder mag die Erde. Ja. Hast du einen Timer für die Aufnahme? Wie lange mich schon aufnehmen? Äh, nö. Sehr gut vorbereitet. Naja. Ja. Es kommt halt so, wie es kommt. Oh, ne? Ja, ja, so viel ist das. Komm, Alter. Hä? Was war das denn grad für ein Bug? So, Behandlungsvorschritt bald fertig. Ich rufe jetzt irgendeinen Typen an und, also irgendjemand mit 1000 Stunden mal. Der Gali, sein sozialer Status. Döner Ali. Ich war aber nicht im Knast. Äh, und ich habe immer noch zwei Sterne. Alter, was ist denn hier los? Ich wurde getasert. Was? Alter. Karik ist Multimillionär. Ja. Den rufe ich jetzt an, Alter. Sag ihm, ich soll mir Geld geben. Nein. Aber ich rufe jeden einen an und frage, wie man schauen kann. Ja, rausgehen. Wie soll ich denn rausgehen? Ich bin, ich wurde getasert. Die Dose da. 7, 9, 9, 9, 9. Äh, nee, 7, 9, 9. Äh, ich rufe die Dose an. 8. 1, 1. Ich bin unschuldig, Alter. Und bestimmt sieht man gleich auf meinem schönen Channel, wie man... Alter, ich wurde schon wieder getasert. Was sieht man auf deinem Channel? Wie ich jetzt gerade in den Knast fahre. Ich rufe das Playboy 965 an. Ähm, okay. Alter, was liegt denn jetzt hier wieder rum im Auto? Gewährt mit E. Verdammt. Egal. Also, er sagt, auch zurückschießen ist illegal. Dann schreibe ich zurück, aha, ich soll mich also das nächste Mal erschießen lassen. Alter, ich bin gleich im Knast. Das ist total mies. Wofür macht man denn einen Waffenschein? Mit, ähm, Slash Jail Time? Na, ja, ich bin gerade noch. 18 Minuten noch. Oh, er ist tot im Knast. Die Aufnahme ist im Eimer. Was? 18 Minuten muss ich noch im Gefängnis hocken. Und ich? Oder du? Bist du im Knast? Oh ja, 20 Minuten dafür eingesperrt. Und eine Kaution für jetzt 400. Ja, also... Wenn du, ähm, Slash Jail Time machst, dann kannst du schon... Ja, ich weiß, steht ja auch so. Ja. 20 Minuten. Ja, schön. Also, das war's mit der Folge. Ich wurde, ähm, ohne Grund eingesperrt. Man darf sich also... Dann wieder, wenn wir aus dem Platz draußen sind. Man darf sich also nicht wehren? Das ist total sinnflos. Das ist der Server, ja. Alter, ist das mies. Boah. Ja, ich... Ich will meinen Anwalt. Ich hab zwar keinen, aber... Vielleicht hab ich ja einen, die Grinze nicht wissen. Ja, okay, ich würd sagen, das war's mit der Folge. Ja, naja. Ihr seht ja hier den Knast, der ist wunderschön. Verdammt. Hier war ich schon mal, ohne Grund. Ach, egal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.